Und wie hat mein August, da ihr nach Polen kommen, so Kron als Zepter angenommen? Oh, was vor seltene Lust erreget dies bei Jung und Alten, weil ihnen längst bekannt, dass ihr das Land durch meinen Beistand wird erhalten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, jeder deiner Knechte, Schutz, Schutz, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Wird die Unschuld, wird die Unschuld künftig klagen, Wird ich sagen, wird ich sagen, Wird ich sagen, die Pflege deinen Schutzgott an. Herr, dein Eifer vor die Rechte, Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, jeder deiner Knechte, Schutz, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Herr, dein Eifer vor die Rechte macht, dass jeder deiner Knechte, Schutz und Hilfe finden kann. Untertitelung des ZDF, 2020